So Dalla, da sind wir wieder mit unserem Kollegen Nero, den Dolphys Jäger, den Hortenhund. Ja, Mission 1 bitte starten. Um dir eine Waffe stärker aufzuladen. Ah, ok. Devil Breaker. Aha, Spezialangriffe, deine Devil Breaker aufzuführen. Dann wird ein aktueller Devil Breaker zerstört. Ok. Halten und dann loslassen. Na, klar, mal probieren. Na, komm her mal. Ok. Pats. 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 Ok. Pats. 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 Was ist das? Was ist das? Ich werde jetzt ein bisschen pushen Ehhhh Was ist das? Hallo? Ich habe keinen Devil Arme mehr, oder? Sauerwann, was haben wir? Nächste bitte Wollen wir es einsammeln? Nein Gehen wir richtig ab, ne? Wie ein Zapf hat leider Ja, bist du narrisch Ich bin so klar Naja, lass so langsam, ne? Mhm Aufnehmen Rühren, laufe einfach hier drüber Automatisch aufzuheben Okay So, wir kriegen einen neuen Eine neue Hand, okay, okay, okay Aha Da haben wir sowas gekriegt Jede Da schießen wir einfach wenn er sich drauf, ne? Aua Aua Aha Da ist mein Kugel Ich muss schon die Augen offen halten Ah Da ist ein 1 Wurr 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 So, wir sind ja jetzt versteckt. Kommt ihr nicht drüber, aber. Kommt ihr weg, pardon. Tust du los? So. 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 Sehen wir die ganze Kacke da? So. Guck mal da schönes. Okay. Fragment einer blauen Kugel. Okay. Aha, lebenskraft. Hier Fragmente, bevor man einen Kristall hat, der die maximale Lebenskraft erhöht. Okay. Brauchen wir nur drei. So. Das war's noch. Okay. Aurok. Aber ich finde irgendwie, die alte Musik fällt mir irgendwie. Aber dann ein Reboot, was da war damals. Das ist richtig schön. Metal Sound. Das ist mir so, dass nur chill out oder so. Keine Ahnung. Hoppala. Aus den Weg. So. Okay, da vorne ist Endboss, oder wie? Ach du Scheiße. Oh, die Fobwurzeln. Hoppala. Na, wie hat denn das jetzt gemacht? Oh, ja. Oh, ja. Wiederholt. LT drücken. Drücke LT, um meine X und seine Schwert aufzuladen. Ah, okay. Wow, das ist so viel. RP. Horizontal. Ich bin ja ein richtiger Badass, ne? So. Hoppala. Was ist denn du für ein Arsch? Ich bin ja einarsch. Das ist ein Delt, die Probierenden. Hoppala. Wie ist das? Agua. So, jetzt stirbt aber mein Kollege Braunschweig. Heirungenschaft haben wir auch. Sehr gut. Oh, ja. Ich bin so großartig. Das war's für heute. Ich gehe sofort! Hey, ich gehe jetzt. Ich werde es später machen. Dann können Sie auch mit dir essen. Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ich? Ja Hast du die Hände? Das war gut. Es ist gut. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Was ist das? Was ist das? Wow. Juhu! Ich werde es wieder zurückgegeben. Ich werde es急. Warte! 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 Deine Hand wurde zum Schwert. Hey, was ist denn da? Ich bin jetzt 1-2 Minuten. Warte! Das war verstanden, Scheiße. So. Der Rettungswagen ist schon da. Der Rettungswagen ist schon da. Warte! 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 Ja! Ja, es ist sauber! Es ist sauber, ne? Der Herr Nero. So. Weiter. Du hast sie in der Rettungswagen. Ich habe das zu sehen. Haste zu tun? Der Rettungswagen ist schon da. Warte! Warte, das ist nicht das zu sehen! Was ist das? Das ist das? Das ist das Marathon aus. Oh Manni, Otegami da Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020